Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf Woldempelux. Die Community und der Markt hat ja schon danach verlangt. Und zwar gibt es jetzt den ersten Mikro-Hybrid-Wechselrichter von EcoFlow, den PowerStream. Und den möchte ich euch heute vorstellen. Meine erste Einschätzung und einzelne Tests dazu. Und das gibt es in diesem Video. Es wird noch einen zweiten Teil von dem Video geben, wo ich nochmal ein bisschen genauer auf einzelne Punkte eingehe. Zum Beispiel MPPT-Regelung, die Stromqualität und so weiter, Wirkungsgrad und ja diese ganzen Tests, die dann halt ein bisschen aufwendiger sind. Jetzt hier gibt es erstmal meine erste Einschätzung dazu. Und wenn euch das Thema interessiert, dann viel Spaß bei dem Video. Wenn wir uns die Rückseite der Packung vom PowerStream anschauen, dann sehen wir schon, wie die Installation funktioniert bzw. wie das ganze System funktionieren soll. Wir haben also draußen am Balkon oder im Garten haben wir die Solarpaneele stehen. Das geht dann über das blau gezeichnete Kabel hier in den PowerStream. Der PowerStream ist mit dem roten Kabel an einen Batteriespeicher verbunden, eine Powerstation oder den externen Batteriespeicher von EcoFlow. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und grundsätzlich ist der kompatibel mit allen Geräten der Delta-Serie. Und der River-Serie dann über das Zusatzkabel, aber dann funktioniert nur Leistungsentnahme und nicht Laden. Also gehen wir mal im einfachsten Fall hier von der Delta-Serie aus. Und dann über das orange Kabel in die Steckdose. Das kann irgendeine Steckdose sein im Haus. Hauptsache die ist dann in dem Hausstromnetz verbunden. Es muss noch nicht mal dieselbe Phase sein. Das ist auch kein Problem, weil der Zähler ja saldierend arbeitet. Von daher kann das irgendeine Steckdose sein. Und dann kann ich an irgendeiner anderen Stelle Leistung entnehmen und kann dann an diesen Smart Plug einstecken und dann wird über WiFi dem PowerStream signalisiert, wenn Leistung angefordert wird, jetzt Speise dazu. Und dann wird diese Leistung eben ausgeregelt mit dem PowerStream, wenn denn die Leistung von 600 Watt oder 800 Watt, was das Gerät kann, ausreicht. Ansonsten ist halt noch ein bisschen Überleistung, die aus dem Netz bezogen wird. Finde ich im Prinzip eine sehr gute Sache und ist clever gelöst damit. Ja, und so sieht das ganze Gerät aus. Wenn ich das angeschlossen habe, dann habe ich hier unten die Powerstation im Prinzip oder den Batteriespeicher, dann die Anschlusskabel links für das Solarmodul, in der Mitte für den Batteriespeicher und rechts dann für das Netz. Ja, zunächst müssen wir das in der App erstmal alles einrichten. Das geht folgendermaßen. Ich suche das Gerät einfach. Dann finde ich schon den PowerStream, wenn er an Strom angeschlossen ist bzw. in die Powerstation, dann WiFi-Daten eingeben und dann auf Weiter gehen. Und dann wird das Ganze eingerichtet. Über Bluetooth wird erstmal die Werte übermittelt. Also die Zugangsdaten und das Ganze wird dann in das Gerät gespeichert. Und dann ist auch schon die Registrierung fertig. Ja, und das Gleiche mache ich dann auch mit den Smartplugs. Erstmal natürlich in die Steckdose einstecken, dann auf Suchen gehen, dann finde ich die Smartplugs und das Gleiche wieder. Zugangsdaten eingeben, dann wird das Gerät gesucht. Und ja, hier ist das Gleiche, was ich auch bei dem PowerStream hatte, dass es zunächst erstmal nicht funktioniert hat. Ich muss noch ein zweites Mal starten. Ja, und beim zweiten Mal hat es dann schlussendlich irgendwann noch funktioniert. Bei einem der PowerStreams musste ich dann in der Tat durch langes Drücken auf den Reset-Knopf die Werkseinstellung zurücksetzen. Und dann konnte ich erst mich wieder neu mit den Zugangsdaten verbinden. Also das war dazu nötig. Also wer das Problem hat, kann es vielleicht damit beheben, ohne direkt ein neues Gerät zu brauchen. So, dann stecke ich die ein an den Ort, wo ich Verbraucher habe. Hier, das ist mein Arbeitsplatz. Und ein zweites Gerät habe ich dann noch eingesteckt bei meinem Kühlschrank. Einfach dazwischen stecken und rein. Und natürlich anmachen nicht vergessen. So, und jetzt sind beide Geräte registriert. Und ich habe die noch umbenannt in Arbeitsplatz und Kühlschrank, damit ich auch weiß, welche Geräte wie zugeordnet sind. So, als nächstes schaue ich mir die Installation draußen an. Ich habe hier zwei Paneele aufgebaut. Die sind jetzt von EcoFlow. Das sind 400 Watt Paneele, aber es funktionieren auch jegliche andere Paneele. Da schaut man einfach mal in das Datenblatt vom PowerStream, welche Eingangsspannungen und Eingangsströme da zulässig sind und wählt dementsprechend die Paneele aus. So, hier sind jetzt alle Komponenten oder alle Kabel, die man braucht. Und jetzt zeige ich dann nochmal, wie die angeschlossen werden. Ja, nach der Anleitung, Punkt 4, 5 und 6, soll man zuerst die Solarpaneele anschließen. Das habe ich dann auch gleich schon mal gemacht. Hier auf der Rückseite. Also es ist ein Kabel dabei für zwei Solarpaneele mit dementsprechend vier Strippen. Zwei Strippen plus, zwei Strippen minus. Die sind dann einfach parallel geschaltet. Und ja, wenn ich das habe, stecke ich zuerst die Solarmodule an. Dann dieses kurze Kabel zur Batteriespeicher oder zur Powerstation. Und als letztes dann den Netzanschluss. Und dann noch in die Steckdose oder ein Mehrfachstecker oder ein Verteilerkabel. Je nachdem, wo ihr dann eine Steckdose im Außenbereich habt. Und am Ende muss das Ganze noch eingeschaltet werden. Also die Powerstation einschalten. Und dann nimmt das ganze System den Betrieb auf. Und jetzt muss ich noch die Netzseite einstecken. Das kann ich an irgendeiner Außensteckdose machen. Am Balkon oder auf der Terrasse. Wie vorhin schon erwähnt, am Anfang ist es ganz egal, welche Steckdose ihr dann nehmt. Es muss auch nicht auf der gleichen Phase sein, weil die Stromzähler in Deutschland alle saldierend arbeiten. Und das dann gegengerechnet wird. Ich zeige dann jetzt nochmal die App im laufenden Betrieb. Ich hatte ja zwei Smartplugs eingerichtet. Einmal für den Arbeitsplatz und einmal für den Kühlschrank. Und im Arbeitsplatz, ja, da kann man auch direkt drauf gehen auf die Smartplugs. Und kann sich so den Tagesverlauf anschauen lassen oder den Wochenverbrauch. Das ist ganz nett, dass man einen Überblick hat, was brauchen eigentlich die Geräte so. Und beim Kühlschrank, da sieht man auch das Verbrauchsprofil. Das sieht irgendwie bei dem Kühlschrank ein bisschen merkwürdig aus. Es gibt immer wieder so kurze Anläufe und dann wieder längere. Da kann ja jeder mal schauen, wie das bei sich zu Hause aussieht. Ja, und dann wie gewohnt haben wir ja auch die Powerstation integriert. Da, wie es im bekannten Bild, Eingang und Ausgang. Und auch welche Ausgänge angeschlossen sind oder welche in Betrieb sind. Einmal für Wechselstrom oder für Solar. Da ist jetzt nichts angeschlossen. Deshalb läuft der Ausgang jetzt einfach so. Das geht jetzt in den Powerstream. Und dann können wir auch mal direkt in den Powerstream gehen. Und im Powerstream wird dann hier oben erstmal die Gesamtenergieerzeugung angezeigt. Aktuelle Erzeugungsleistung. Dann in welche Richtung der Strom geht. Einmal in die anderen Verbraucher, also sonstige Verbraucher oder die Smartplugs. Und wie der Ladezustand des Akkuspeichers aussieht. Genau. Und interessant wird jetzt, wir haben jetzt bei der Einrichtung einen Bereich definieren müssen. Und dieser Bereich enthält das Mikrowechselrichtersystem. Das sehen wir hier. Da sehen wir jetzt nochmal die Energieflüsse. Also wir kriegen aus den Solarpanelen, aus den Solarpanelen 212 Watt aktuell. Und der Stromverbrauch sind 465 Watt. Also es geht dann aus dem Akku ins Hausnetz. Der Rest, der nicht durch die PV-Module bereitgestellt werden kann und detaillierter, sehen wir das dann nochmal auf der nächsten Seite. Hier in dem Schaubild, also wir haben Solarenergie 100, ungefähr 200 Watt. Aus dem Akku werden nochmal 280 Watt beigesteuert. Akkukapazität 72%. Das Ganze geht in den Mikrowechselrichter, in den Powerstream und verteilt sich dann auf die Smartplugs und auf die anderen Verbraucher. Andere Verbraucher, das kann ich in dem Unterpunkt hier oben mit dem Zahnrad oder mit diesem Sechseck definieren. Da kann ich zum Beispiel verschiedene Einstellungen auch noch vornehmen. Aber die wichtigste Einstellung ist für mich den Leistungsbedarf am AC-Ausgang. Wenn ich jetzt nur zwei Smartplugs zum Beispiel habe, habe aber noch andere Verbraucher, die meine Grundlast erzeugen, dann kann ich hier auch noch zusätzlich zu den Smartplugs noch einen extra Leistungsbedarf anfordern. Und da habe ich einen Schieberegler und den kann ich regeln von 0 bis 800 Watt. Also bei meinem Modell 800 Watt, es gibt auch Modelle, die können nur 600 Watt. Dann würde das eben nur bis 600 Watt gehen. Aber ich kann das sehr fein einstellen, also bis auf 1 Watt genau. Das finde ich sehr gut, dass man das so genau einstellen kann, weil die Grundlast, ja bei den meisten bewegt sich im Bereich zwischen 80 und 150 Watt, sage ich jetzt mal. Und ja, wenn man da zu viel Übereinspeisung hat oder eben zu viel Verbrauch aus dem Netz, das möchte man ja auch nicht. Und deshalb ist eigentlich schrittweise nur 100 Watt oder 50 Watt eigentlich zu grob. Und 1 Watt Schritte genau, das finde ich eigentlich super. Ja genau, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich kann jetzt nochmal auf die Smartplugs draufklicken, kann mir jede einzelne Steckdose nochmal anschauen. Dementsprechend kommen dann wieder in das Menü von den Steckdosen und ich kann sie auch hier an und aus schalten. Also hier mit den Schaltern mache ich die wirklich an und aus. Das ist jetzt nicht, dass die jetzt dann nicht mehr berücksichtigt würden, sondern von dem Powerstream, sondern die werden dann ausgeschaltet. Also das habe ich ursprünglich, habe ich das anders gedacht. Aber dieser Schalter hier ist wirklich ein An- und Ausschalten. Genau. Dann können wir uns jetzt nochmal ein bisschen die Grafiken anschauen. Da, wie gesagt, bei den Smartplugs gibt es schon so eine Grafik, aber hier gibt es auch nochmal eine Grafik für auch die Stromerzeugung. Also das ist jetzt die Photovoltaik-Erzeugung. Jetzt vom Tagesverlauf und ich kann mir auch den Wochenverlauf anschauen lassen oder Monatsverlauf. Jetzt ist noch nicht so viel drin bei mir, aber dementsprechend hätte ich dann auch eine Historie. Dann, was ins Haus gegangen ist, das sehe ich auf dem zweiten Reiter hier. Da kann ich dann meinen Hausverbraucher sehen, wie viel Leistung da reingegangen ist oder was ich manuell eingestellt habe. Und die Akkunutzung, das ist auch ganz interessant, weil da sehe ich auch Negativwerte. Negativ bedeutet, es wird in den Akku eingespeichert. Positivwerte, es wird ausgespeichert, also Energie entnommen. Und so kann ich dann beim Tagesverlauf sehen, wie häufig wird eigentlich der Akku wirklich genutzt, um halt Stromspitzen oder Leistungsspitzen abzufedern, einmal in die eine oder die andere Richtung. Und das gibt mir natürlich auch eine Auskunft darüber, wie wirkungsvoll jetzt eigentlich mein Speicher arbeitet. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Sonne-Wolken-Mix habe, dann ist der Speicher schon sinnvoll, weil in den Phasen, wo die Wolken natürlich davor sind, da profitiere ich natürlich von dem Speicher. Und der kann dann natürlich in den Phasen, wo die Sonne da ist und ich brauche weniger Leistung dann durch meine Verbraucher, kann er dann auch wieder die Leistung dann zurückspeichern. Genau, soviel dazu. Ich finde es ganz nett eigentlich, die Grafik sieht optisch sehr schön aus. Ich hätte mir jetzt noch einen Cursor gewünscht, wo man so ein bisschen durchfahren kann. Und die Skala ist etwas grob. Also ich weiß es nicht genau, aber ich würde mal sagen, da wird nur alle 15 Minuten ein Datenpunkt gesetzt. Und das ist vielleicht ein bisschen zu grob. Da wäre es vielleicht nett, wenn es so alle paar Minuten, zwei, drei Minuten vielleicht einen Datenpunkt gäbe und dass man so aufzoomen kann. Das funktioniert hier nicht. Das ist eine statische Anzeige über den Tagesverlauf. Und ich kann hier also nichts schieben oder nichts machen. Das ist jetzt fest. Gut, soviel zur App. Ich finde die App sehr ansprechend und es ist alles wirklich wunderbar integriert. Funktioniert auch alles eigentlich wunderbar. Manchmal dauert es einen Moment, wenn man die App gestartet hat, bis alle Sachen aktualisiert sind. Aber ich denke, das ist vertretbar, weil natürlich auch die Werte und so weiter aus dem Hintergrund dann erst angefordert werden müssen. Von daher ist es in Ordnung. Ich finde die App sehr gelungen. Und es gibt ja auch regelmäßig Updates. Und man kann mit der App dann natürlich auch die Updates machen auf den Geräten. Das sollte man auch tun, weil EcoFlow eben für die Geräte kontinuierlich Verbesserungen und so weiter bereitstellt. Wie sieht das Ganze jetzt dann im Betrieb aus? Ich habe jetzt mal hier eine Grafik dabei von meinem Hausverbrauch. Und zwar wisst ihr ja, ein von diesen Smartplugs ist an meinem Arbeitsplatz angeschlossen, das andere am Kühlschrank. Und zudem habe ich noch eine Basisleistung eingegeben von, ich glaube es waren 130 Watt. Und damit funktioniert das System schon sehr gut. Diese positiven Verbräuche, also positiv bedeutet, ich muss aus dem Netz beziehen, die kommen vermutlich vom Gefrierschrank. Und wenn ich jetzt noch einen dritten Smartplug gehabt hätte, dann wäre das ja fast super ausgeregelt, das Ganze am Hausverbrauch. Von daher muss man sich überlegen, wo hat man getaktete Verbraucher und muss die dann zusammenpacken. Oder wenn man es ganz clever machen will, schaltet man den Gefrierschrank und den Kühlschrank dann auf einen Smartplug drauf. Das funktioniert natürlich auch. Und dementsprechend bekommt man dann von diesen getakteten Geräten über den einen Smartplug dann die Leistung auch gut ausgeregelt. Bei mir war das nicht möglich, weil die an verschiedenen Orten stehen, da geht es nicht. Aber wenn in der Küche zum Beispiel, wenn man das so realisieren kann, dass beide aus einer Steckdose ihre Leistung beziehen können, dann ist das sicher ganz vernünftig. Mir ist aufgefallen, dass im Betrieb, wenn jetzt der Akku voll ist, dass dann die Überschussleistung nicht mehr genutzt wird. Wenn jetzt am Hausverbrauch wenig angefordert wird, das heißt die Smartplugs haben keine hohe Anforderungen oder es ist auch kein externer Leistungswert eingestellt, dann ist die erzeugte Leistung noch ganz gering. Und das finde ich ein bisschen schade, dass dann die Solarleistung nicht genutzt wird. Das heißt der MPPT Laderegler, der regelt einfach ab und auch die Einspeisung aus dem Powerstream ins Netz ist dann auch praktisch niedrig. Da könnte man sicher noch eine clevere Lösung implementieren oder eine clevere Software-Schaltung, dass man die Überschussleistung dann trotzdem ins Netz einspeist, obwohl sie gar nicht angefordert wird, wenn jetzt der Akku, in dem Fall der Akku voll ist und Überschussleistung dann nicht genutzt werden würde. Ja, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass das ganze System morgens komplett selbstständig startet. Das heißt, wenn abends der Akku leer war und das System sich heruntergefahren hatte, dann am Morgen wird eine gewisse Grundladung im Batteriespeicher erzeugt oder aufgebaut zu etwa 5% und dann beginnt die Einspeisung. Ohne, dass ich jetzt aktiv das starten müsste. Das finde ich sehr gut, weil so muss man nicht wirklich jeden Tag hingehen, muss wieder einen Startknopf drücken. Das geht automatisch und das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und ich glaube, das ist auch eine der vielen Nutzerfragen, die hiermit jetzt beantwortet sind. Ich kann den PowerStream auf Standalone betreiben, ohne Batteriespeicher. Das soll jetzt hier mal gezeigt sein. Ich habe da alle Stecker abgesteckt, vorher natürlich das System runtergefahren und ausgemacht und dann die Batteriespeicher abgesteckt und das ganze System dann wieder gestartet. Und das sehen wir dann hier. Da wird dann die 267 Watt Panelleistung, wird alles komplett eingespeist ins Haus und es wird nicht zurückgehalten. Das heißt, hier arbeitet der PowerStream dann einfach als konventioneller Mikrowechselrichter und kann auch so betrieben werden. Dann gibt es keine Leistungslimitierung. Die einzige Leistungslimitierung wäre eben die 600 Watt oder die 800 Watt, die ich als Maximalleistung dann hätte. Für Deutschland dann 600 Watt und für nicht Deutschland eben 800 Watt. Aber so kann ich den auch natürlich in diesem Modus betreiben. Ja, was kommt denn eigentlich so rum an einem guten Solartag? Also wie gesagt, ich hatte zweimal 400 Watt Panels und ich muss sagen, ich finde etwa 4 Kilowattstunden, das ist schon eine gute Sache. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Module lagen einfach nur so im Garten rum und da hatte ich auch ein bisschen Verschattung eben durch die Häuser und so weiter. Aber dass ich hier schon 4 Kilowattstunden rausbekommen habe, das ist schon echt klasse. Und auch die Maximalleistung, die war mit 700 Watt, würde ich sagen, für die 800 Watt Panels auch in einem guten Bereich. Und ich habe jetzt hier auch mal wirklich 800 Watt in den Wechselrichter eingestellt. Ich hatte auch eine 800 Watt Variante, deshalb ging das bei mir so hoch, 800 Watt. Und das hat er wirklich auch gemacht. Allerdings, ja nicht so lange, ich würde sagen so etwa eine Viertelstunde bis 20 Minuten und dann hat er abgeregelt auf nur noch 600 Watt. Ich vermute mal aus thermischen Gründen und das sehen wir jetzt gleich im nächsten Kapitel, wie heiß das Gerät wirklich wird. So, ich habe mir jetzt mal mit der Thermokamera mal den Powerstream im Betrieb angeschaut und wir sehen, ja es sind so Temperaturen zwischen 60 und 75 Grad. Und das ist schon ein bisschen hoch, würde ich sagen, aber ja, es sind halt keine Kühlrippen dran. Das ist ein glattes Gehäuse, es sind keine Kühlrippen dran. Von daher ist das eigentlich zu erwarten, dass der so warm wird. Aber nichtsdestotrotz, die Komponenten sind wohl so designt, dass die es aushalten sollten. Von daher würde ich sagen, ist erstmal kein Problem, sagt der Hersteller. Ja, selbst hier auf der Oberseite sind es dann noch 60 Grad und dafür gibt es ja dann extra diesen Deckel oder diese gelochte Haube zum drüber machen, dass man sich da nicht die Finger verbrennt, wenn das Ding doch mal irgendwie 65 oder 70 Grad heiß werden sollte. Eine Userfrage könnte auch sein, ob man auch mehrere Powerstreams parallel betreiben kann in einem Haus bzw. in einer Umgebung. Und ja, das funktioniert. Das hat jemand für mich getestet, der zwei von den Geräten hat. Vielen Dank dafür. Und das sieht dann so aus, dass man praktisch die doppelte Leistung zur Verfügung hätte. Aktuell wird das dann nicht abgeregelt. Das heißt, ich könnte zwei von den Powerstreams betreiben und habe im Maximalfall dann irgendwie 1200 Watt oder 1800 Watt, wenn ich die 800 Watt Variante habe und die sehe ich dann noch alle in meiner App praktisch drin. Und das würde als Gesamtsystem so auch betrachtet werden. Ja, bevor jetzt die Fragen kommen, ist da ein Relais drin? Ja, es ist eins drin. Und wir können uns ja mal das Klacken anhören, damit es auch alle glauben. Und da gibt es auch schon die Zertifikate dazu. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wo ihr die herbekommt. Ja, die Zertifikate für den Powerstream zur Anmeldung beim Netzbetreiber und bei dem Marktdammdatenregister sind nun da. Aber wie kommt ihr dran? Die sind ein bisschen schwierig zu finden. Dazu geht ihr erstmal auf die EcoFlow-Seite, dann auf Support und Benutzerhandbuch. Und dann müsst ihr ganz nach unten scrollen. Und dann hier bei Smart Home wählt ihr den Powerstream aus. Und da sind erstmal die ganzen Benutzerhandbücher drin. Und hier unten auch Grid-Type, Network & System Certificate und das Grid-Unit Certificate. Schauen wir uns erstmal das Grid-Unit Certificate, also das Einheitenzertifikat. Das wird hier von SGS ausgestellt. Das Einheitenzertifikat für den Anschluss an das Netz. Das sind alle wichtigen Werte genannt. Hier unten. Und ja, genau, dass es verschiedene Versionen gibt von dem Wechselrichter. Einmal mit 800 Watt, einmal mit 600 Watt. Und dementsprechend könnt ihr damit dann das Gerät anmelden. Dann schauen wir jetzt nochmal das NA-Schutz-Zertifikat an. Das ist dieses hier. Certificate of the Network System Protection Certificate für den Netz- und Anlagenschutz. Anlagenschutz. Das ist hier, Manufacturer ist auch genannt, ist die Dongguan Streamax Electronics Co. Ltd. Mit Sitz in China. So, was haben wir hier? Genau, NA-Schutz, integrierter NA-Schutz. Logisch, dann noch die verschiedenen Paragrafen hier, die genannt sind und Normen. So, dann, Typ des NA-Schutzes ist der integrierter NA-Schutz hier. Und dann hier die Messergebnisse und die Abschaltzeiten, das ist hier alles genannt. Und ja, das Zertifikat wurde erteilt, dementsprechend, weil der Kuppelschalter schneller auslöst als 200 Millisekunden. Von daher ist das erfüllt. Und hier unten ist auch nochmal der Typ des Kuppelschalters genannt. Das ist ein integriertes Relais. Und zwar ist das das Hongfa HF 115. Das ist übrigens das gleiche Relais, was auch in dem Day verbaut werden sollte, aber nicht ist. Und hier ist es verbaut. Ja, ich hoffe, ich habe euch mit dem kleinen Test so mal ein bisschen Überblick verschafft, was das Gerät alles kann. Ich möchte das jetzt nochmal zusammenfassen. Und zwar, ja, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass es ein ganz gut funktionierendes Gesamtsystem, das eigentlich praktisch fast ausgereift ist. Es werden immer noch kleine Software-Updates gemacht. Logischerweise ist es auch gut, dass man das machen kann, aber im Prinzip funktioniert das Gesamtsystem schon mal ganz gut. Und ich finde die Lösung mit diesen Smartplugs ganz clever. Dass man einfach im Haus verteilt, überall diese Smartplugs anstecken kann an Geräte, die halt immer mal wieder an- und ausgehen. Und dann wird dieser Verbrauch auch berücksichtigt. Das finde ich eine super Sache. Und das macht es auch ganz und nochmal effizienter, dass man wirklich den gewonnenen Strom noch viel effizienter nutzen kann. Ja, und ich muss sagen, die App finde ich sehr gut. Die ist wirklich gut gestaltet und übersichtlich. Und man kann wirklich jede Menge Einstellungen vornehmen. Also von daher, Daumen hoch. Und was besonders gut ist, dass das ganze System auch morgens anläuft, ohne dass man das erst aktivieren muss, wenn jetzt am Abend die Batterie leer war. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dass wenn man ja praktisch abends die Batterie leer fährt, morgens nicht erst warten muss, bis ein bisschen Grundleistung da ist, dass es sich wieder selbst aktiviert. Nein, es aktiviert sich vollkommen selbstständig und fängt dann auch wieder an zu arbeiten. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass die Einrichtung manchmal ein bisschen hakelt. Das dauert ein bisschen. Manchmal muss man zwei-, dreimal ein Gerät in die Einrichtung geben, also eine Einzelkomponente, bis sie dann in der App fertig eingerichtet ist. Und auch mit dem Firmware-Update. Das musste ich auch irgendwie mehrmals anstoßen, bis es dann durchgelaufen ist. Da sehe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial auf Seiten von EcoFlow. Ja, dann ist mir ein ganz heftiges Spulenfiepen aufgefallen von diesen Smartplugs. Also wenn man die jetzt irgendwo hat, wo man vielleicht nur einen Meter weit weg sitzt am Schreibtisch oder so, das hört man dann schon. So etwa ab einem Meter Distanz ist es akustisch nicht mehr wahrnehmbar. Von daher sollte man diese Smartplugs irgendwo installieren, wo sie vielleicht ein bisschen hinter im Schrank sind oder so, dass man das nicht so direkten Kontakt hat und es nicht so direkt hört. Also da, denke ich, kann man auch noch ein bisschen was optimieren auf Seiten EcoFlow. Ja, ein Negativpunkt, der mir aufgefallen ist, ist das Überschuss, PV-Überschuss, der dann in den Akku geladen wird. Und wenn der Akku dann voll ist, dann wird dieser PV-Überschuss nicht mehr genutzt. Das heißt, der Laderegler regelt dann einfach ab und die PV-Leistung wird nicht weiter genutzt. Man könnte jetzt natürlich systemseitig auch so noch eine Regelung machen, dass dann, wenn der Akku voll ist, die gesamte PV-Leistung dann noch ins Netz eingespeist wird und der Akku praktisch abgekoppelt wird. Das fände ich jetzt nochmal ein gutes Update. Per Software ist das, denke ich, möglich. Ja, nochmal bezüglich dieser Smartplugs und so weiter. Es gibt doch vielleicht die Möglichkeit, das habe ich von Marc gehört, dass irgendwann auch so ein Lesekopf für den elektronischen Heimzähler von EcoFlow geben wird. Und dann kann man auch wirklich eine richtige Nulleinspeisung im ganzen Haus damit realisieren. Und das fände ich wirklich eine klasse Sache. Also Marc, EcoFlow, macht euch dran und schaltet das frei. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer abonniert den Kanal, Daumen hoch, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video. Tschüss! Ja, daumen hoch, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video.